Hallo, herzlich willkommen auf Marios Channel. Heute machen wir einen ganz leckeren Erdbeerkuchen. Und wie ich den mache und wie super schnell das geht, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen 250 Gramm eiskalte Sahne. Lecker, lecker, lecker. Für meine Leckermolchen im Haus. Während dem Laufen geben wir noch ein Päckchen Sahnesteif dazu und ein Teelöffel Zucker. Wir brauchen noch ein bisschen Sahnesteif dazu. Dann kommt Zucker. Ein Teelöffel. Und wer möchte noch etwas Vanillezucker? Na, seht ihr? Die ist schon perfekt. Die fällt nicht vom Löffel. Die ist super cremig, super klasse. Das tun wir jetzt mal schnell um in eine Schüssel. Das geht alles rum. Zuck. Und ist hammer lecker. Zwischendurch wiegen wir uns noch 80 Gramm Zucker ab. Jetzt kommt Quarksahne rein. Also 500 Gramm Quark. So, das müsst ihr jetzt alles schön cremig rühren. Da benutzt man wieder unser Rührbesen. Zwischendurch geben wir unser 80 Gramm Zucker hinein. Und schon fertig. So schnell geht das. Jetzt müsst ihr ein Pack Galatine auflösen und zur Masse hinzugeben und nochmal verrühren. Und das gebe ich ja schon mal gleich rein. Lass die Maschine nochmal laufen. Jetzt nehmt ihr eure Sahne und hebt sie unter. Unsere Masse steht jetzt im Kühlschrank. Zum Abkühlen. Jetzt benutze ich hier so einen Tortenguss. Aber hier kommt zum Schluss noch ein Guss drauf. Und drei gestrichene Teelöffel Zucker. Eins, zwei, drei. Das könnt ihr mal schon vermischen gut. Dann kommt noch 250 ml kaltes Wasser hinzu. Und das wird dann erhitzt und immer gerührt, bis die Masse steif wird. So, kurz aufkochen. Vom Herd runterziehen, wenn es steif wird. Und dann ist das schon gut. Die ist soweit ein bisschen fest geworden. Da kommen unsere Erdbeere drauf. Meine nach dem anderen. So, das soll ja auch was aussehen. Ein bisschen festreiche. Schnell. So, das könnt ihr noch so ein bisschen zieren. Und dann ist das auch gut. So, dann wollen wir den Kuchen natürlich schon auch mal probieren. Ich habe ihn jetzt mal ein bisschen abkühlen gelassen. Oh, der ist schön fest. So habe ich mir das vorgestellt. Dann hole ich mir mal ein Stück raus. So, schaut es euch an. So lecker sieht es aus. Guckt mal da, wie toll der aussieht. Gut, dann ich sage mal wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marios Channel. Ciao, ciao.